Ja hallo und herzlich willkommen zurück bei mir dem Facettler und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Stray Ja beim letzten Mal haben wir leider einen Freund zurücklassen müssen Aber es war für eine gute Sache Und das ist das worauf ich mich konzentrieren sollte bei dem ganzen Ich habe ja die Schlüssel bekommen für die U-Bahn Das heißt Irgendwo hier sollten sie ja jetzt logischerweise passen, aber potenziell in der U-Bahn, oder? Hier irgendwie Da nicht Hä? Verstehe ich noch nicht ganz Not open Hmm So, jetzt aber. Yes, Abfahrt und schieß. Kontrollraum. Oh, ho, ho. Hallo, wie kann ich dir helfen? Sei gegrüßt, Bewohner der Mauerstadt 99. Ich bin gerade dabei, diesen Bereich zu streichen. Bitte sei vorsichtig mit der noch frischen Farbe. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Ja, der Hinweis kommt leider zu spät. Der Kontrollraum ist durch eine Art Sicherheitsprotokoll verschlossen. Es besagt, dass nur Menschen den Raum betreten dürfen. Es sagt weiter, dass ich nicht als Mensch gelte. Hey, das ist ein Beleidigungssicherheitsprotokoll. Vielleicht können wir diesen Durchgang öffnen, wenn wir zusammenarbeiten. Ich arbeite gerne mit dir zusammen. Ich arbeite schon die ganze Zeit mit dir zusammen. Wow. Okay. Hallo, die Stadt wurde zu deiner Sicherheit abgeriegelt. Bitte wende dich an einen zertifizierten Ingenieur im Kontrollraum, wenn du irgendwelche Anliegen hast. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Hallo, meine derzeitige Aufgabe lautet Fenster putzen. Bitte wende dich an einen zertifizierten Ingenieur im Kontrollraum, wenn du irgendwelche Anliegen hast. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Hatte ich dich schon? Hallo, wie kann ich dir helfen? Also. Ist ja nur die Frage, ne? Cool. Ja, aber wie soll ich das, wie soll ich das denn schaffen? Irgendein beweglicher Gegenstand. Gibt es hier irgendwelche beweglichen Gegenstände, die ich theoretisch verwenden kann? Sag gegrüßt, Bewohner der Mauerstadt 99. Diese Tür, die an die Oberfläche führt, ist derzeit aufgrund der Eindämmungsmaßnahmen verschlossen. Bitte wende dich an einen zertifizierten Ingenieur im Kontrollraum, wenn du irgendwelche Anliegen hast. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Ich will hier raus. Ich will hier raus. Das ist mein Anliegen. Ich will hier raus. 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 Aber ich komme ja nicht in den Kontrollraum. Das ist das Problem. Aber naja, der Roboter kommt da nicht rein und ich komme da erst recht nicht rein. Das war's. Also ich brauche ein Gegenstand, den ich hervorschieben kann, das ist mir klar. Nur was für einer. Ah, natürlich yogisch. Komm mal mit. Danke sehr. Hm. Das ist der Kontrollraum für die gesamte Stadt. Von hier aus haben sie alles kontrolliert. Und er ist leer. Ich weiß noch, wie sehr ich sie gehasst habe. Sie hatten alles. Sauberen Lebensraum, grenzenlose Macht, Bewegungsfreiheit. Aber es hat ihnen wenig genützt. Die Plage, ich erinnere mich jetzt. Alle starben und sie dachten sich stöhnen über allem. Sie taten nichts, um uns zu helfen. Es sah zu, wie meine Freund-Familie starb. Ich fühlte mich helflos. Ich konnte nichts tun, um sie zu retten. Aber dir kann ich wahrscheinlich immer noch helfen. Wir können immer noch nach draußen gehen. Gemeinsam. Ich werde die Erinnerung an die Menschheit und die Menschen, die ich geliebt habe, in mir tragen. Also ich muss sagen, dieses Spiel ist mehr für mich, muss ich sagen, vom persönlichen Geschmack her, als ich vorher gedacht hätte. Weil ich habe mich nicht wirklich darüber informiert, worum es geht und so. Aber jetzt merke ich halt, okay, geil. Weil ich lasse mich halt immer gerne überraschen. Das ist, ja, der Hauptcomputer. Im Großrechner nachzuurteilen war schon seit Jahren niemand mehr hier. Die ganze Stadt steckt in einem Abwägungszyklus aus längst vergangenen Zeiten fest. Wenn wir ihn deaktivieren, sollten wir die Stadt verlassen können. Wir müssen den Rest dieser Systeme online bringen. Diese Computer enthalten die Daten, die wir brauchen. Wir müssen sie einschalten. Während du das tust, suche ich nach Passwörtern und verschlüsselten Codes, um in das System zu gelangen. Das ist schon lange mal würde ich haarriere Kraut ger said. Dopp glossy. move行 vor. Es ist zu wissen, dass er klimansjuna im Teich Erde im contrôle zu es hat geklappt gut gemacht mein freund ich hab's gefunden ich weiß wie man die stadt öffnet irgendwas stimmt hier nicht warte vielleicht lässt sich das umgehen da das ist die arbeitsstadt die stadt zu öffnen aber es gibt mehrere sicherheitssysteme die uns daran hindern sie zu nutzen jetzt müssen wir das tun was wir am besten können ich hecke mich in die rechner und du machst ein paar sachen kaputt hey was soll das jetzt sein aber heißt das ich muss hier was hier drin machen oder heißt das ich muss hier raus das heißt ich muss ich muss hier raus hehh okay City Sealed Das muss doch alles im Control Room sein Oder etwa nicht Ah ja Da Heckmann Das System braucht mehr als ich erwartet habe Das ist ungünstig Oh nein, wir müssen weitermachen Ja, das habe ich ja verstanden Ja, das ist ja Aber wo ist die Frage? Ja, komm schon. Mach dir keine Sorgen, ich kann mich wieder aufladen, sobald wir die Arbeitsstation geöffnet haben. Ja, aber ich, also, heißt das, da fehlt immer noch was? Ja, ich kann mich nicht mehr aufladen, aber ich kann mich nicht mehr aufladen. Ich bin jetzt hier eingeschlossen, das heißt, was auch immer mir noch fehlt, es muss hier sein. Da kann es aber nicht sein. Das muss doch hier sein. Ja, ich kann mich nicht mehr aufladen, aber ich kann mich nicht mehr aufladen. Ich kann mich nicht mehr aufladen, aber ich kann mich nicht mehr aufladen. Das ist der mittlere Bereich. Das da war der linke Bereich. Aber muss das ja irgendwo hier sein. Ja, ich kann mich nicht mehr aufladen. Also bitte. Das ist doch. Ich bin doch jetzt nicht. Ich finde es nicht. Erstmal Radio anmachen. Irgendwo hier drauf. Also hier habe ich schon geöffnet. Und hier? Hier ist nichts. Also hier kann ich nichts öffnen. Das ist halt so ein Scheiter. Wahrscheinlich für nachher. Aber. Ah, Moment. Ah, ja. Äh, so. Ich glaube, dieser kleine Körper ist erledigt. Ist schon gut. Das wird schon wieder. Trag mich einfach zur Arbeitsstation. Du kannst den Alarm ausschalten. Oh. Um. Aber welche von den vielen ist jetzt die Arbeitsstelle? Das war's, wir sind in Sicherheit. Hör zu, ich hab dir etwas zu sagen. Ich wusste, dass die Energie, die zur Deaktivierung des zentralen Kontrollsystems der Stadt nötig war, immens sein würde, mehr als dieser Drohnenkörper zu verkraften mag. Aber da das Sicherheitssystem nun deaktiviert ist, kann ich die Kontrolle über das System übernehmen und die Stadt öffnen. Wenn ich das System außer Kraft setze, könnte meine Software beschädigt werden. Aber ich hatte mich dazu entschlossen, als ich mich in den ersten Computer einklinkte, samt allen Konsequenzen, die das haben könnte. Es tut mir leid, dass wir die Außenwelt nicht gemeinsam sehen werden. Ich dachte, ich müsste die Erinnerung der Menschheit bewahren, um an der Vergangenheit festzuhalten. Aber ich sehe eine Zukunft in den Gefährten und in dir. Komm, lass mich dir das abnehmen. Du warst mein Freund. Das Beste, was ich mir hätte wünschen können. Ich danke dir. Ich glaube, ich brauche noch eine Sekunde. Ich danke dir. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Alter, ich kann kaum sprechen gerade. Alter, hat mich das gerade mitgenommen, ey. Puh, also, was soll ich sagen, ey. Genau, genau solche Spiele mag ich. Genau, selbst what I'm talking about, genau solche Spiele will ich immer gerne zocken. Spiele, die mich emotional mitnehmen. Das ist das, wonach ich in Spielen suche, das ist das, wonach ich bei Filmen suche, das ist das, wonach ich bei Serien suche, das ist das, wonach ich bei Büchern suche. Etwas, was mich emotional mitnimmt, was mich zum Weinen, zum Heulen bringt. Was mich dazu bringt, dass ich meine Gefühle, die ich ansonsten so sehr verstauben lasse, die ganze Zeit, dass ich die wieder raus hole. Ja, das ist aber so hart gewesen und gleichzeitig so schön. Also, dieses Spiel und die mit Action und Schleichen und so. Ja, das war dabei, aber das hat sich halt schon stark in Grenzen gehalten, muss ich sagen. Also, ich fand das Spiel, ich weiß nicht, wie es dir geht, lieber Zuschauer, liebe Zuschauerinnen, aber ich fand dieses Spiel mega. Und ehrlich gesagt, finde ich schade, dass es jetzt schon vorbei ist, aber ich verstehe, dass die Geschichte erzählt ist und dass alles andere nicht notwendig wäre. Und ja, ich hoffe es hat dir Spaß gemacht. Ich hoffe, du hattest einfach eine schöne Zeit mit den Videos und hast vielleicht die Emotionen empfinden können, die ich auch empfunden habe. Wenn du magst, kannst du ja mal in die Kommentare schreiben, was dieses Spiel in dir ausgelöst hat. So vielleicht auch am Ende. Und ich scheue mich meiner Tränen nicht und ich habe kein Problem damit, Tränen zu zeigen, ehrlich gesagt, beziehungsweise sie hören zu lassen, vielmehr. Du kannst ja mal sagen, wie du emotional auf dieses Spiel reagiert hast, wenn du möchtest und generell natürlich, wie du es fandest. So, ich will jetzt allerdings nichts Urheberrechtliches oder sowas groß riskieren, deswegen lasse ich den Abspann jetzt mal nicht weiterlaufen. Also, liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen, auch an dieser Stelle wieder, ich wünsche dir noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine gute Nacht. Und vielen Dank dir fürs Zuschauen und dabei sein. Bitte bleib schön gesund und pass auf dich auf. Tschüssi. Und miau. Okay, ich kann das gerade nicht wirklich. Ich bin dafür einfach zu emotional mitgenommen. Also, tschüssi.